Hallo, mein Name ist Silvio. Was mich und mein Auto verbinden sind Geschwindigkeit und Leistungsentfaltung. Ich denke, ich bin der schnellste Krankenpfleger in Deutschland. Ich fahre einen umgebauten Golf R32 von der Firma HGP. Leistung deutlich über 450 PS, verlängertes und verstärktes Getriebe. Was eben der Leistung angepasst wurde, um die gut 600 Nm und die 316 kmh auf den Asphalt zu bringen. Die Musik von der Firma HGP Die Musik von der Firma HGP Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in meine Farce, in die Furios Welt bekommen und ich hoffe, dass euch die Impressionen inspirieren. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Vielen Dank!